Einen wunderschönen guten Tag meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich in meinem Namen und im Namen des Kulturvereins Reines begrüßen zur alten Weichung von Sertmethodi Giovannini. Ich kann Ihnen versichern, bis 2019 ist alles unter Darmfach. Meine drei Daumen und gut ist eine drei Daumen. Ich freue mich natürlich, dass Alive da ist und wie Sie der Presse nehmen konnten, will ich dieses Jahr das Weihnachtskonzert hier in dieser Hallestadt. In der Kirche bauen wir personell, also platzmäßig am Ende und technisch auch. So können wir einen Leuten ja das bieten. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Veranstaltung und weichern Ihnen alles Gute und freuen Sie sich auf Rudi Giovanni. Geogen klatsch. Geogen klatsch. Geogen klatsch. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm ihn her, da ich deinen Wachen über das Land. Ave Maria, beschütze die Erde, die Möchste, die Ängste, das in die Ereis. Zurufe die Erde, die Möchste, die Ängste, die Ängste, die Ängste, die Ängste, das in die Ereis. Applaus 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 Ich habe sehr gefreut, ich werde diese Idee meiner Mama geben, beziehungsweise meiner Schwester geben und sie wird sich sehr freuen. Vielen herzlichen Dank. Applaus 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 Vielen Dank. Vielen Dank.